Modist bzw. Modistin, ehemals Putzmacher, ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz und der früheren Handwerksordnung. Modisten fertigen Kopfbedeckungen aller Art zur allgemeinen Bekleidung und Kostümherstellung. Bis in das 20. Jahrhundert hinein beschränkten sich Modisten auf weibliche Kundschaft, während Hutmacher die Kopfbedeckungen für Männer herstellten. Der Beruf wird überwiegend von Frauen ausgeübt. So waren im Jahr 2013 alle etwa 48 Auszubildenden in Deutschland weiblich. 2011 gab es in Baden-Württemberg einen männlichen Auszubildenden. Ausbildung Der Beruf der Modisten beinhaltete früher weitere Betätigungsfelder. So befasste sie sich insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch mit der modischen Ausstattung von Kleidung. Aufgrund der zeitaufwendigen und teuren Herstellung war es wirtschaftlich sinnvoll. Ein vom Schneider gearbeitetes Kleid von einer Modisten während seiner Tragezeit in seinen modischen Details überarbeiten zu lassen. Durchaus auch mehrfach. Als duale Ausbildung wurde der Beruf 1938 erstmals staatlich geregelt. In dieser Zeit entstanden die Ausbildungsberufe der Hutgarniererin, des Hut- und Mützenmachers sowie des Putzmachers. Diese drei Berufe wurden 1959 im gemeinsamen Ausbildungsberuf des Putzmachers vereint und 1969 als Ausbildung zum Modisten aktualisiert. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Ausbildungsvorschriften im Modistenhandwerk integriert. Die letzte Neuordnung erfolgte im Jahr 2004. Dabei wurden veränderte fachliche Qualifikationen im Bereich der Schnitttechnik ebenso aufgenommen wie das selbstständige Entwickeln und Erarbeiten von Modellentwürfen. In Deutschland gibt es nur wenige Berufsschulen für die Ausbildung der Modisten. Nachdem das regionale Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg in Kellinghusen diesen Zweig nicht mehr anbietet, wurde die Ausbildung seit 2013 vom Oberstufenzentrum für Bekleidung und Mode in Berlin übernommen. Hier werden Modisten und Modistinnen aus ganz Deutschland im Blockunterricht beschult. Außerdem gibt es die Kirschensteiner Schule in Stuttgart, Baden-Württemberg und die Deutsche Meisterschule in München, Bayern. Produkte eines Modisten Die Produktpalette eines Modisten-Ateliers umfasst vor allem Kopfbedeckungen verschiedenster Materialien, beispielsweise Filzstoff, Pelz und Stroh. Die Formen reichen vom Hut über die Mütze und Kappe bis zum Kopfschmuck, wie dem Fascinator und zu Spezialitäten für die verschiedensten Anlässe und Gelegenheiten. Bekannte Modisten Bekannte Modistinnen waren Rose Bertin, deren wichtigste Kundin die französische Königin Marie-Antoinette war, Goethes Ehefrau Christiane und die Schauspielerin Evelyn Maike. Die wohl heute noch bekannteste war Coco Chanel. Daneben gibt es auch heute international bekannte männliche Modisten, wie beispielsweise Philipp Triassi. Siehe auch, Hutmacher, Hut. Daneben gibt es auch heute noch nicht.